Wintertransferfenster. Was passiert beim VfB Stuttgart? Da habe ich mir gedacht, gehen wir einfach mal kurz die Wechselkandidaten durch, damit man so einen Überblick hat, wer darf den VfB verlassen. Alle, die wir nicht aufzählen, da gehen wir auch davon aus, dass die eher in Stuttgart bleiben. Allen voran muss man sagen, Philipp Klement. Ich glaube, wenn es da einen Verein gäbe, der bereit wäre, Klement entweder zu verpflichten oder auszuleihen, der VfB würde ihm keine Steine in den Weg legen. Ich glaube, die Geschichte ist leider Gottes beim VfB Stuttgart für ihn. Ja, der Drops scheint gerutscht. Beendet. Eric Tommi auch genau das Gleiche, nur hier hast du das Problem, den müsstest du verkaufen oder seinen Vertrag verlängern, denn er läuft im Sommer 2022 aus. Das heißt, verleihen kannst du ihn nicht, nur wenn du den Vertrag verlängerst. Ich denke mal, hier könnte es vielleicht so ein Modell geben, dass du Tommi abgibst und keine Ablöse verlangst oder so. Es ist halt die Frage, ob es Interessenten gibt, die dann auch bereit wären für Eric Tommi, ein ähnliches Monatssalär auszugeben, wie er jetzt beim VfB verdient. Er wird ja nicht schlecht verdienen, das ist dann die Frage. Gleiches gilt für Hamadi Al-Ghadoui, also nicht, dass er gut verdient, beziehungsweise er wird nicht schlecht verdienen, aber er ist halt ein Spieler, der auch, ich sage es jetzt mal ganz hart ausgerückt, auf der Abschlussliste steht. Auch sein Vertrag läuft 2022 aus, das heißt, auch hier könnte es nur einen kompletten Wechsel geben und kein Leihgeschäft. Aber auch da könnte ich mir vorstellen, wenn es einen Zweitligist gibt, der sagt, hey, wir brauchen einen Stürmer, habt ihr da nicht jemanden? Was würdest du davon halten, Al-Ghadoui abzugeben? Ist es dir zu riskant? Na, aktuell haben wir in der Startelf, ne? Ja. Schwierig, bin ich hin- und hergerissen. Er bringt für mich nicht die Qualität, die du brauchst, um den VfB wirklich dann voranzubringen und auch die entscheidenden Tore im Abstiegskampf zu schießen. Also für mich ist es ein Spieler, den du abgeben kannst, aber nicht musst, weil er dir auch finanziell wahrscheinlich kein so großes Loch reißt, um das Risiko einzugehen, diesen Kaderplatz zu opfern. Die einzige Option, die ich sehe, ist, dass man sagt, wir haben noch eine Option, wir haben noch einen Stürmer, den wir verpflichten können, ausleihen können, also da können wir auch noch gleich drauf zu sprechen, und haben dann sozusagen diesen Platz wieder besetzt, aber jetzt wirklich Al-Ghadoui zu verkaufen und nur darauf zu hoffen, dass Kalajic durchgeht, könnte riskant sein. Aber er ist auch ein Kandidat, der, wenn er einen neuen Verein findet, wahrscheinlich wechseln dürfte. Pascal Stenzel, der Nächste, der auch schon lange auf der Liste steht und überraschenderweise erst 25 Jahre alt ist, Sebastian, habe ich recherchiert. Ich fühle mich schon zehn Jahre beim VfB auf. Ja, ja, überhaupt in der Bundesliga, ja. Ich, nee, das lasse ich weg. Vertrag übrigens bis 2024, also da ist alles möglich. Dann Marc-Oliver Kempf, da gibt es eigentlich nur die Option, dass er vorzeitig zu Hertha wechselt, denn alles deutet darauf hin, dass er spätestens im Sommer nach Berlin wechseln wird. Da muss man halt mal abwarten, was Berlin bereit wäre zu bezahlen. Ich sage weiterhin, ich würde keinen guten Innenverteidiger einem direkten Konkurrenten geben, auch wenn der VfB das Geld braucht. Ich verstehe das schon, aber Kempf habe ich halt einfach lieber bei mir als bei der Hertha. Auf jeden Fall. Schwierig. Da gehe ich mit, ja. Aber du brauchst halt die Kohle. Ja, aber ein Abstieg ist dann im Zweifelsfall teurer. Absolut richtig, ja. Ja, von dem her, und viel würde es auch nicht bekommen. Also den verkaufst du jetzt nicht für fünf Millionen. Da kriegst du vielleicht anderthalb Millionen. Gut, du sparst dir natürlich das Gehalt ein. Kempf verdient gut beim VfB Stuttgart, ja. Clinton Mola ist ein Leihkandidat, ein Spieler, hochinteressant für mich. Ich habe das Gefühl, immer wenn er spielt, denkt man, Mensch, der ist richtig gut. Und dann spielt er wieder nicht, beziehungsweise mal verletzt er sich. Das war das Hauptproblem in den letzten Jahren. Aber auch, sagen wir mal, nach dem Auftritt gegen Bielefeld, das war nicht herausragend. Der hat genauso Fehler gemacht wie seine Mitspieler. Aber trotzdem hätte ich mir gedacht, dass er häufiger mal wieder ein paar Minuten bekommt von Matarazzo. Hat mich schon überrascht. Vielleicht würde ihm eine Laie gut tun. Die Frage ist halt, wohin? Wohin, ja. Zweite Liga. Er muss spielen. Ja, er muss spielen. Das ist halt echt schade, weil die Anlagen hat er. Ist für mich ein richtig, richtig guter Spieler. Vielleicht passt es auch in Deutschland nicht. Natürlich, aber ich habe noch die Hoffnung, dass er über eine Laie sich Spielpraxis holen kann und dann irgendwann für den VfB Schückert entweder in der Innenverteidigung oder von mir aus auf der linken Seite im defensiven Mittelfeld wichtige Spiele bestreiten kann. Momos Cissé, auch ein Laie-Kandidat. Missintheit hat sich festgelegt für Frankreich und Belgien. Natürlich aufgrund der Sprachbarriere macht das Sinn. Und da fand ich es ganz interessant, dass Missintheit sagte, es gab einige Anfragen für Momos Cissé in den letzten Transferperioden und dann hat er sich ja auch verletzt. Und er hofft jetzt, dass sich die ganzen Interessenten noch daran erinnern. Ja, genau. Bitte melde dich. Bitte melde dich, ja.